Liebe Mitbürger, mein Name ist Thorst Sonneborn von der Partei für Arbeit, Reisefreiheit, Fliegen zum Taxipreis und Basisdemokratische Initiative, kurz die Partei. Wir wissen, was Sie wollen und wir wollen das auch. Ehrliches Fernsehen für ehrliche Wähler und keine Schleichwerbung mehr. Aus diesem Grund haben wir als einzige Partei ein Programm, das Schleichwerbung nachhaltig ächtet. Inzwischen gibt es, gerade hier bei ZDF und ARD, so viele Formen der Schleichwerbung, dass wir ihr kaum noch entrinnen können. Wir haben hier mal die beliebtesten Formen simuliert, um zu zeigen, dass nur entschlossenes Durchgreifen unser Land wieder nach vorne bringen kann. Wenn Ihnen außerhalb dieser Wahlwerbesendung etwas auffällt, was Ähnlichkeiten mit den hier vorgezeigten Vorgängen aufweist, liegt höchstwahrscheinlich ein Fall von Schleichwerbung vor. Informieren Sie dann umgehend die zuständigen Stellen, und zwar innerhalb von drei Werktagen, heute jedoch nicht. Vergessen Sie nicht, am Sonntag die Partei wählen. Dann können Sie wieder vier Jahre lang in Ruhe fernsehen. Vielen Dank. Und ich gebe Ihnen mein Ehrenwort. Wenn wir die Wahl verlieren, dann verlassen wir sofort das Land. Für 19,99 Euro. Ich gebe Ihnen diese Art und Weise noch nicht. Und ich gebe Ihnen die größte Zeit das Land.